Das sind Steve und Maggie. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Yeah! Beinahe. Oh nein, ouch. Hey, Steve, Steve, lass uns einen Kuchen backen. Nein, Maggie, ich spiele mit meinem Kran. Oh, hallo, Jungs und Mädchen. Ich spiele in der Spielzeugstadt. Es ist toll. Hey, hört mal. Was ist das für ein Geräusch? Da kommt etwas. Was ist es? Ich weiß es nicht. Hey, singt mit mir. Kommt schon. Was ist das? Das ist ein Teller. Was ist das? Das ist ein Gabelstapler. Was ist das? Das ist ein Gabelstapler. Kommt und sagt es mit mir. Yeah! Oh, warte, warte, warte. Haha, seht alle her. Es ist ein Gabelstapler. Ein Gabelstapler. Ein Gabelstapler. Oh, hey, sei nicht brech. Und er hat mir einen Teller gebracht. Einen leeren Teller. Haha, oh. Hey, hey. Hört. Da kommt noch etwas. Was ist es? Ich weiß es nicht. Also singt mit mir. Kommt schon. Was ist das? Das ist ein Kipplaster. Was ist das? Das ist ein Kipplaster. Was ist das? Das ist ein Kipplaster. Kommt und sagt es mit mir. Yeah! Oh, wow. Ein Kipplaster. Oh, warte, warte, warte. Aha, seht mal. Es ist ein Kipplaster. Ein Kipplaster. Ein Kipplaster. Wow. Und was? Hat der Kipplaster auf meinen Teller gekippt? Finden wir es heraus. Okay. Schokolade. Oh, wow. Oh, Schokolade. Schokoladenkuchen. Und ich bin hungrig. Lecker, lecker. Oh, hey. Hört mal. Da kommt noch was. Was ist das? Ich weiß es nicht. Wisst ihr es? Nein? Dann singt mit mir. Yeah! Was ist das? Das ist ein Betonmischer. Was ist das? Das ist ein Betonmischer. Was ist das? Das ist ein Betonmischer. Kommt und sagt es mit mir. Yeah! Das ist ein Betonmischer. Tu keinen Beton auf meinen Kuchen. Hey! Ho, ho. Seht alle her. Das ist ein Betonmischer. Ein Betonmischer. Ein Betonmischer. Was soll ein Betonmischer auf meinen Kuchen? Oh, 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 hey. Mh, es ist Sahne. Oh, Sahne und Schokolade passen gut zusammen. Nicht wahr? Okay, leg los. Wow. Wow. Sei vorsichtig. Danke, Betonmischer. Wow. So viel Sahne auf meinem Schokoladenkuchen. Yeah. Aber hey, hört mal. Da kommt noch was. Was ist das? Und was wird es auf den Kuchen tun? Ho, ho. Singt mit mir. Los, kommt. Was ist das? Das ist ein Bagger. Was ist das? Das ist ein Bagger. Was ist das? Das ist ein Bagger. Kommt und sagt es mit mir. Ho, ho. Das ist ein Bagger mit Streuseln. Der Bagger streut Streusel auf den Kuchen. Hurra. Hey, lass mir auch was übrig. Ho, schaut. Es ist ein Bagger. Ein Bagger. Ein Bagger. Mit Streuseln. Ho, ho. Mh. Lecker. Lecker. Dankeschön. Ha, ha, ha. Hey. Hört mal. Was ist das? Ich weiß es nicht. Also, singt mit mir. Was ist das? Das ist ein Kran. Was ist das? Das ist ein Kran. Was ist das? Das ist ein Kran. Kommt und sagt es mit mir. Es ist ein Kran. Es ist ein Kran. Es ist ein Kran. Ho, ho. Der Kirschen auf meinen Kuchen legt. Mein Kuchen. Mein Kuchen. Hey. Es ist nicht Steves. Es ist meiner. Also, geh und hol den Kuchen Bulldozer. Yeah. Los geht's. Yeah. Der Kuchen ist fertig. Aber hey. Hört. Da kommt noch was. Was ist das? Was ist das? Ho, ho. Singt mit mir. Was ist das? Das ist eine Planierraupe. Was ist das? Eine Planierraupe. Was ist das? Eine Planierraupe. Kommt und sagt es mit mir. Es ist eine Planierraupe. Und sie stiehlt meinen Kuchen. Hey. Oh. Sei keine böse Planierraupe. Gut. Lasst uns diesen Kuchen in meinen Bauch bekommen. Yay. Haha. Tief will also Kuchen. Haha. Dann lasst uns mit einer Dampfwalze Spaß haben. Los, los, los. Köstlich. Oh. Hey. Hört mal. Da kommt noch was. Was ist das? Oh nein. Eine Dampfwalze. Oh. Ruiniere nicht meinen Kuchen. Schaut Jungs und Mädchen. Das ist eine Dampfwalze. Oh. Eine schwere Dampfwalze. Eine sehr schwere. Oh. Dampfwalze. Haha. Das muss Maggie sein. Oh. Dieser freche, freche Vogel. Tschüss. Tschüss Jungs und Mädchen. Yeah. Haha. Haha.